Starkes Zeichen für einen verbesserten Hochwasserschutz im Landkreis Börde. Umweltstaatssekretär Dr. Steffen Eichner hat auf der Westseite der Elbe gleich zwei Deiche offiziell eingeweiht. Neben dem Elbdeich im Bereich Heinrichsberg-Rogetz ist nun auch der Deich in Leutsche fertiggestellt. Mit dem bereits 2016 sanierten Abschnitt von Glindenberg nach Heinrichsberg sowie dem nördlich von Rogetz ebenfalls sanierten Treueldeich hat das Land auf einer Gesamtlänge von 11,3 Kilometern etwa 19,7 Millionen Euro investiert. Der neu errichtete Oredeich in der Ortslage Leutsche hat eine Länge von rund 1,4 Kilometern. In den Kosten von rund 4,2 Millionen Euro sind auch zwei Siele für den Seegraben sowie eine Vorrichtung für ein mobiles Schöpfwerk zur Binnenentwässerung im Hochwasserfall enthalten. Der knapp 2,7 Kilometer lange Treueldeich schützt von Rogetz bis nach Tangerhütte vor Hochwasser. Kostenpunkt rund 3,5 Millionen Euro.